herzlich willkommen zu unserem deep dive liebe hörer heute geht es um shakespeare um genauer zu sein um die frage wer war shakespeare wirklich ja genau die große shakespeare frage normalerweise denken wir dann natürlich alle sofort an william shakespeare aus stradford upon a barn genau an den denken wir aber was wäre wenn das gar nicht die ganze wahrheit ist spannende frage und genau da setzt unser heutiger deep dive an richtig wir wollen heute mal genauer hinschauen und uns die theorie anschauen dass christopher marlowe der wahre autor hinter den shakespeare werken war ja genau marlowe und als grundlage für diesen deep dive dient uns ein youtube video von bastian conrad sehr interessant conrad argumentiert in seinem video dass marlowe sein tod nur vorgetäuscht hat um der verfolgung zu entgehen und dann unter pseudonymen weitergeschrieben hat und shakespeare soll eine dieser pseudonymen gewesen sein genau so ist es eine kasse theory absolut aber bevor wir jetzt in die details dieser theory eintauchen lass uns erstmal einen schritt zurückgehen und die argumente betrachten die gegen die traditionelle sicht auf william shakespeare als autor sprechen ja das macht sinn fangen wir also mit den argumenten gegen shakespeare an genau was spricht denn eigentlich dagegen dass der mann aus stratford wirklich der große shakespeare war also ein punkt der immer wieder genannt wird ist dass es kaum beweise oder dokumente gibt die seine literarische tätigkeit belegen okay das ist natürlich starkes argument man würde ja erwarten dass von so einem genie der weltliteratur irgendwelche maluskripte briefe oder tagebucheinträge erhalten geblieben sind eben aber all das gibt es nicht und was ist mit seiner familie könnten die nicht etwas licht ins unkel bringen schwierig seine eltern seine frau und töchter waren nämlich alle an alphabeten doch kommt das glaube ich jetzt nicht doch ist es wirklich so unglaublich und da soll einwand mit seiner sprachlichen brillanz wie shakespeare herkommen das ist tatsächlich schwer vorstellbar absolut wie soll ein mensch der in einem umfeld aufwächst in dem lesen und schreiben völlig fremdsinn zu so einem sprachchenie werden das ist eine der großen fragen die sich die shakespeare skeptiker stellen ja und wo wir gerade bei fragen sind wie sieht es denn mit shakespeare ausbildung aus auch da gibt es einige ungereimtheiten inwiefern shakespeare soll ja mit 13 jahren die schule verlassen haben ja in einem kleinen provincie städtchen genau und trotzdem soll er mehrere sprachen fließend beherrscht und ein unglaubliches wissen über geschichte philosophie mythologie und so weiter gehabt haben also ich weiß ja nicht für mich klingt das alles ziemlich unglaubwürdig ja viele experten halten das auch für schlichtweg unmöglich vor allem wenn man bedenkt dass viele der quellen die shakespeare für seine stütte verwendet hat damals noch gar nicht ins englische übersetzt waren stimmt woher soll er denn dieses wissen gehabt haben wenn er die originaltexte gar nicht lesen konnte schwierig zu sagen und dann sind da ja noch die vielen szenen shakespeare stücken die das leben am hof so die teigeteu beschreiben ja sie sagt aber es gibt doch überhaupt keine hinweise dass shakespeare jemals kontakt zum adler hatte woher soll er dieses insider wissen über das leben am hof gehabt haben gute frage selbst shakespeares testament ist ja ziemlich seltsam was ist denn am testament so seltsam naja es erwähnt kein einziges buch kein manuskript nichts echt ja ja das klingt doch eher nach dem nachlass eines händlers oder und nicht nachdem eines der größten schriftsteller aller zeiten das war echt und dann ist da ja noch die sache mit seinem tod was war damit seinem tod naja als shakespeare starb gab es keine große öffentliche trauer keine großen nachrufe akum doch es war fast so als wäre der tod dieses großen dichters irgendwie unbemerkt geblieben es ist ja wirklich seltsam findest du nicht absolut es scheint also eine ganze menge ungereimtheiten im lebenslauf des william shakespeare zu geben ja und genau hier kommt christopher marlowe ins spiel okay spanner moment jetzt wird es endlich interessant marlowe war ja nun auch ein begnadeter dichter und dramatiker absolut und er war sogar stipendiert in cambridge genau und er hatte verbindungen zu einflussreichen persönlichkeiten ein echtes wunderkind also so könnte man sagen aber 1591 auf dem führpunkt seiner karriere verschwand er plötzlich unter mysteriösen umständen 1590 das wird das ja in dem shakespeares werke zum ersten mal auftauchen genau wie weiß er nicht marlowe stand damals kurz vor der hinrichtung wegen seiner kontroversen schriften genau er hatte sich mit der obrigkeit angelegt und ersetzt jetzt konrad serie an genau konrad glaubt dass marlowe sein tod nur vorgetäuscht hat um der hinrichtung zu entgehen richtig und um unterzutauchen und unter einem neuen namen weiter zu schreiben und diese neue name war william shakespeare aber warum ausgewechene shakespeare gab es da eine besondere verbindung zwischen den beiden also abgesehen davon dass beide geniale schriftsteller waren ja klar die beiden wurden nur zwei monate auseinander geboren ja aber ihre literarischen karrieren überschneiden sich so gut wie gar nicht marlowe's tod und shakespeares aufstieg beides passiert fast zeitgleich das ist ja wirklich sehr sätze konrad sieht darin einen klaren hinweis darauf dass marlowe seinen tod inszeniert hat und dann unter dem namen shakespeare weiter geschrieben hat klingt plausibel gibt es denn noch weitere indizien die diese theorie stützen ja die gibt es in den werken von marlowe und shakespeare gibt es zum beispiel viele sprachliche und thematische ähnlichkeiten na was ja konrad nennt als beispiel die metapher von der elfenbeinernen frauenbrust elfenbeinernen frauenbrust ja diese metapher kommt sowohl in marlowe's hero and leander als auch in shakespeares lucreche vor das ist ja wirklich ein sehr spezielles bild und es ist ziemlich unwahrscheinlich dass zwei autoren unabhängig voneinander auf genau die gleiche metapher kommen die stimmt und was ist mit den sonetten gibt es da auch parallel zu marlowe ja auch da hat conrad interessante entdeckungen gemacht shakespeare sonnett spielen viele elemente aus marlowe's leben weiter zum beispiel exil verborgene identität verfolgung wow das klingt ja fast so als hätte shakespeare über marlowe's leben geschützt genau das ist ja das verblüffende verrückt aber moment mal wenn marlowe seinen tod vorgetäuscht hat wo war er denn dann all die jahre das ist eine gute frage konrad vermutet dass marlowe nach seinem inszenierten tod untergetaucht ist und sich irgendwo versteckt gehalten hat in england oder im ausland das ist unklar aber er muss irgendwo gewesen sein wo er ungestört schreiben konnte das macht sinn aber warum all diese geheimnistuerei warum nicht einfach unter seinem eigenen namen weiter schreiben na ja wir dürfen nicht vergessen dass marlowe wegen seiner schrift mit dem tod bedroht wurde stimmt unter einem pseudonym konnte er seine ideen weiter verbreiten ohne sich in gefahr zu begeben okay das leuchtet ein shakespeare war ja nicht sein einzige pseudonym oder genau konrad hat noch weitere namen entdeckt unter denen marlowe geschrieben haben soll echt das wird ja immer spannender zum beispiel richard barnfield michael drayton und bbc wie kommt konrad zu diesen schlussfolgerungen welche beweise hat er denn für diese pseudonyme nun er analysiert die werke dieser autoren und findet dort zahlreiche hinweise und parallelen zu marlowe steele und seinen themen okay das klingt ja hoch interessant bevor wir uns aber jetzt in die details dieser pseudonyme vertiefen würde ich sagen machen wir erstmal eine kurze pause ja eine pause ist jetzt gut gleich geht es weiter mit unserem deep dive in die shakespeare frag so da sind wir wieder vor der pause haben wir darüber gesprochen wie konrad verschiedene pseudonyme mit marlowe in verbindung bringt genau und eins davon war richard barnfield richtig richard barnfield spannender name welche hinweise hat konrad denn bei barnfield gefunden also barnfield hat 1599 eine gedichtssammlung mit dem titel cynthia veröffentlicht und in der einleitung dieser gedichtssammlung wendet er sich direkt an die leser und er erwähnt dass cynthia zwar sein zweites werk sei aber er nicht leugnen wolle dass er zuvor schon mal zwei andere bekannte bücher veröffentlicht haben und was haben diese bekannten bücher mit marlowe zu tun nun konrad vermutet dass barnfield damit auf venus und adonis und lucrece anspielt die ersten werke die unter shakespeares namen erschienen sind genau barnfield nennt die titel zwar nicht explizit aber er sagt sie seien zu bekannt um sie extra zu erwähnen das würde natürlich perfekt zu shakespeares ersten werken passen die damals ja schon große erfolge feierten klingt plausibel aber ist es der einzige hinweis den konrad für barnfield gefunden hat nein es gibt noch weitere interessante details konrad weist zum beispiel auf sprachliche ähnlichkeiten zwischen barnfields gedichten und marlos werken hin er analysiert da die wortwahl den satzbau die bildsprache und findet da viele parallelen also quasi ein fingerabdruck von marlowe in barnfields texten so könnte man es sagen ja und das gilt nicht nur für barnfield auch bei michael drayton findet konrad hinweise auf marlowe als den wahren autor drayton den kenne ich jetzt gar nicht was hat der denn geschrieben drayton hat 1590 ein gedicht über pierce gaviston veröffentlicht wer war das denn das war der favorit von könig edward ii und in diesem gedicht finden sich viele parallelen zu marlowe stück edward ii aber moment mal warum sollte drayton ausgerechnet über gaviston schreiben konrad glaubt dass marlowe sich in der figur des gaviston selbst dargestellt hat gaviston war ja ein außenseiter der am hofe um seine position kämpfen musste und das erinnert natürlich stark an marlowe der auch wegen seiner ansichten verfolgt wurde verstehe also eine art versteckte autobiografie genau und in radens gedicht finden sich auch verse die auf marlowe situation nach seinem angeblichen tod hindeuten zum beispiel heißt es zum beispiel verflucht zu stärken verboten getötet zu werden ein vagabund der immer noch im ausland umher wandert das klingt ja wirklich wie eine beschreibung von marlowe im untergrund ja ja gibt es noch weitere beispiele für solche versteckten botschaften in radenswerk ja konrad hat noch einige andere interessante details gefunden aber wir wollen ja nicht zu tief ins detail gehen kommen wir lieber zum dritten pseudonym das konrader band wie sie wie sie das klingt ja ziemlich mysteriös wer verbirgt sich denn hinter diesen initialen hinter wie sie verbirgt sich der autor des buches willow be hisse visa willow be hisse visa nie gehört dieses buch wurde 1590 veröffentlicht und ist eine art moralische diskurs in versform und was hat dieses buch jetzt mit marlowe zu tun nun auch hier sieht konrad viele parallelen zu marlowe's leben und weg zum beispiel kritisiert der autor in willow be hisse visa die umstände die zu seinem fall geführt haben und es gibt passagen die auf marlowe's plötzliches verschwinden und den verlust seiner identität anspielen ok verstehe also wieder diese idee dass marlowe durch seine pseudonyme versteckte botschaften an die lisa sendet genau und konrad argumentiert dass diese vielen hinweise und parallelen einfach zu deutlich sind um zufall zu sein ich muss sagen ich bin echt beeindruckt von konrads detektivarbeit der hat ja wirklich jedes detail unter die lupe genommen und viele interessante indizien gefunden ja konrad hat eine beeindruckende forschungsarbeit geleistet aber natürlich gibt es auch kritiker die seine theorie anzweifeln klar so eine theorie stellt ja unser ganzes bild von shakespeare auf den kopf aber mal ehrlich finden wir es nicht alle viel spannender wenn die geschichte hinter den shakespeare werken noch geheimnisvoller ist da hast du wohl recht die vorstellung dass ein genialer dichter seinen tod vortäuscht und unter pseudonymen weiter arbeitet hat schon einen besonderen reiz aber natürlich müssen wir uns auch mit den argumenten der kritiker auseinandersetzen genau welche gegenargumente bringen die denn vor die kritiker argumentieren bevor wir jetzt zu den kritikern übergehen sollten wir nicht noch mal kurz zusammenfassen was wir bisher über konrads theorie und die indizien für marlowe als den wahren auto erfahren haben ja gute idee lass uns die wichtigsten punkte noch mal rekapitulieren also wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse dann sagt konrad dass es einfach zu viele ungereimtheiten in shakespeare biografie gibt genau zu viele ungereimtheiten und dass die parallelen zu marlowe einfach zu auffällig sind um zufall zu sein ja viel zu auffällig konrad sagt dass man all diese merkwürdigkeiten am besten erklären kann wenn man davon ausgeht dass marlowe seinen tod vorgetäuscht hat und dann unter dem namen shakespeare weiter geschrieben hat richtig und diese theorie wird ja noch dadurch verstärkt dass konrad gleich mehrere pseudonyme identifiziert hat die marlowe benutzt haben soll ja genau neben shakespeare eben auch noch richard barnfield michael drayton und vrc bei all diesen autoren hat er ja hinweise und parallelen zu marlowe gefunden richtig ja das ist schon eine krasse vorstellung der größte dichter aller zeiten hat seinen tod nur vorgetäuscht und dann jahrelang im verborgenen gelebt ja das ist schade um seine werke unter pseudonymen zu veröffentlichen wahnsinn aber macht diese vorstellung shakespears werk nicht noch viel faszinierender ja total es ist ja fast so als würde man einen krimi lesen ja genau diese theorie gibt den shakespeare werken eine ganz neue dimension absolut sie werden zu einer art verschlüsselter biografie marlos voller anspielungen und versteckter botschaften ja und es wird natürlich auch ein ganz neues licht auf die interpretation der stücke wenn man weiß dass der autor möglicherweise im exil gelebt hat und unter ständiger angst vor verfolgung stand dann liest man die texte natürlich mit ganz anderen augen ja absolut man achte dann viel stärker auf die subtexte auf die versteckten bedeutungen die politischen anspielungen ja genau und man fragt sich natürlich wie viel von marlowe's eigenem leben steckt eigentlich in den shakespeare werken spannende fragen aber jetzt müssen wir natürlich auch die kritiker zu wort kommen lassen was sagen denn die zu conrad's theory na ja die sind natürlich skeptisch die sagen dass die beweise für marlowe's autorschaft nicht ausreichend sind okay dass die von conrad angeführten parallelen und indizien zuvage sind und dass es sich dabei auch um zufälle handeln könnte ja das ist natürlich ein argument ja aber kann man wirklich alle diese parallelen und indizien als reinen zufall abtun schwierig zu sagen hier scheiden sich die geister ja das glaube ich die einhalten conrad's theory für plausibel die anderen tun sie als reine spekulation ab letztendlich muss wohl jeder für sich selbst entscheiden wie viel er von conrad's theory hält genau aber eins steht fest conrad hat eine faszinierende lese aufgestellt die uns zum nachdenken anregt absolut und die die shakespeare forschung sicher noch lange beschäftigen wird ja ganz bestimmt conrad hat uns gezeigt dass es hinter den kulissen der literaturgeschichte noch viele geheimnisse zu entdecken gibt ja viele geheimnisse und genau darum geht es ja bei unseren deep dives wir wollen neue erkenntnisse gewinnen und unsere hörer zum nachdenken anregen genau zum nachdenken anregen und wenn ihr liebe hörer mehr über conrad's theorie erfahren wollt dann schaut euch unbedingt sein youtube video an richtig alle links und quellenangaben findet ihr wie immer in den show notes in diesem sinne bleibt neugierig hinterfragt die dinge und lasst euch von neuen ideen inspirieren bis zum nächsten deep dive und ich danke dir